Doch der Problem ist was anderes. Gestern, wie wir vielleicht mitbekommen haben, haben sich alle witzig gemacht. Denn gestern war ein richtiger Scheißtag. Ein richtiger Mist war das gestern. Richtig Scheiße. Sogar die Scheiße lag am Boden. Ich bin draufgerutscht. Es hat alles angefangen morgens früh. Erstmal aufwachen. Alles Scheiße. Frühstück. Na ja, Frühstück war ein bisschen okay. Aber dann sofort runtergehen. Danach kommt so ein Scheiß-Bus. Nette Leute, netter Mann. Wir laufen da durch den Wald. Erstmal, wir gehen diese Scheiß-Donutschnitzel. Donutschnitzel. Scheiß essen. Scheiß dünner Kebab. Der macht nicht auf. Schweinebraten mit böhmische Gemüse. Böhmische Knödel, nicht Dönische. Mit Scheiß-Knödel. Ja, ja, mit Scheiß-Knödel. Mit Scheiß-Knödel. Es war gestern etwas Geiles. Und zwar die Schokoladen-Dönner. Doch, die haben nicht aufgemacht. Mist, Scheiße, Alter. Und dann ging der Tag so richtig ab. Da haben wir eine Wanderung gemacht. Da habe ich meine Grafa, meine geliebste Grafa getroffen. Ich habe Grafa hallo gesagt. Grafa hat mich geliebt und so weiter. Dann hat sie mich verlassen. Die war so eine wilde Kuh. Das war wirklich eine Kuh. Ich habe sie beleidigt. Und dann hat sie die Scheiße hinterlassen. Wir sind so ungefähr 200 Meter gelaufen. Und was passiert dann? Der Italiener hier rutscht raus, so wie eine vierte Kartoffel. Klatscht am Boden auf die Scheiße. Und keine Bewegung mehr. Alle sind tot. Das ist gestern passiert. Dann, mit der Hose voller Scheiße, musste ich im Bus einsteigen. Voller Mut bin ich über Wasserding. Halb auf, meine bitte. Das ist ein Italiener. Über voller Mut bin ich über Sachen gesprungen. Doch, das war nicht alles. Dann ging es noch richtig ab. Danach sind wir in eine Hütte gegangen. Da war das Essen richtig geil. Da war der Apfelkuchen geil. Da muss ich zugeben. Und das Land habe ich auch erobert. Aber das Schlimmste ist, danach sind wir auch wohin gegangen. Das war am Arsch der Welt, irgendwo 1000 Meter hoch. Wir mussten sieben Kilometer laufen. Die sagen alle, ja, wir laufen nur wenig. Ja, wir laufen nur wenig. Ja, 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 ja. Ich denke mir so, ja, es wird so. Und dann, und dann eine Kilometer rennen ohne nichts und ohne gar nichts. Dann, meine Hose musste ich waschen. Es war ein richtiger Scheißtag, aber so einer von den Gewaltigen. Ey, nee, gestern war richtig scheiße. Ah, Katastrophe, alle haben eine Ake im Schlepp-Tabde.